Es gibt einen übergeordneten Plan in deinem Leben. Es gibt eine übergeordnete Kraft in deinem Leben, die dich durch alles hindurch begleitet und dich in allem führt. Du bist nicht alleine. Du kennst sicherlich dieses Gefühl, wo du glaubst, du bist alleine und du musst dich alleine um diese Dinge und um diese Welt und um dein Leben kümmern. Nein, es gibt einen höheren Plan. Nennen wir es mal die Liebesintelligenz in dir. Nennen wir es mal deinen Seelenplan. Nennen wir es mal dein Schicksal. Und dein Seelenplan, der täuscht sich nicht. Diese übergeordnete Intelligenz täuscht sich nicht in dir und in deinem Leben. Denn diese übergeordnete Kraft ist das Einzige, was dich wirklich kennt. Und manchmal glauben wir, dass all das, was wir erfahren, dass dies wirklich etwas sehr Negatives ist, etwas sehr Schlechtes ist. Und wir von Gott oder von der Liebe oder von irgendetwas völlig vergessen sind und wir uns selbst um die Dinge kümmern müssen. Hör mal, ich habe dieses Prinzip, dass das Universum, dass die Liebe, dass die Seele immer einen Plan für uns hat, das habe ich lange Jahre schon gekannt. Aber ich habe es nicht angewendet. Denn ich dachte immer, naja, also dieser göttliche Plan, dieses hohe Selbst, das kann ja nicht wissen, wie ich diese Probleme hier, die ich habe, lösen soll. Ich muss es selbst tun. Und genau das ist die Täuschung. Das Ego sagt uns immer, das persönliche Selbst, das Selbstgefühl sagt uns immer, ja, wir müssen das selber tun. Denn das kann nur durch das getan werden, was ich glaube zu sein. Und Einstein hat mal gesagt, wir können ein Problem nicht auf der Ebene lösen, auf der es entstanden ist. Wir brauchen eine neue Ebene. Wir brauchen eine neue Kraft, die Inspiration und Kreativität in unseren Geist, in unser Denken fließen lässt und wir einfach nur das Alte loslassen können. Es ist möglich und die Einladung ist da, dass du beginnst, dies zu verstehen. Es gibt einen höheren Plan. Es gibt einen übergeordneten Plan, in dem wir alle eingebunden sind. Und es ist so hilfreich und es ist so wunderschön, sich diesem zu öffnen. Einfach nur zu sagen, hey, ich will heute zurücktreten und ich möchte dieser höheren, dieser größeren Kraft die Führung überlassen. Ich möchte meinem Seelenweg einfach nur zustimmen. Ich möchte nicht mehr im Widerstand sein. Ich möchte nicht mehr über die Dinge urteilen. Ich möchte einfach nur verstehen, dass ich in Wahrheit vollkommene Seele bin und diese vollkommene Seele führt mich zielgewiss in mein Glück.